moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar habe ich heute ein neues pd als map für euch und so sieht das gute stück dann auch aus wir können jetzt hier auch reingehen so das befindet sich dann hier komplett hier so das gebäude und ich würde sagen wir schauen uns das gute stück einfach mal an hier hinten haben wir noch ein tor drin so da können dann hoch und runter laufen und ja hier kommen wir dann rein und so sieht das ganze dann auch aus es ist jetzt nicht so groß gehalten aber auch nicht zu klein würde ich sagen also schon ziemlich passend wie ich finde man verläuft sich hier nicht hier haben wir dann noch die zellen so 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 hier noch so ein schönen so besprechungsraum hier hinten halt die waffen ausgestattet ausgabe ja auch ziemlich groß gehalten eigentlich und hier noch die ein großes büro würde ich so sagen so noch oben haben wir dann also hier haben wir auch noch eine atm was natürlich ziemlich gut ist und ja genau oben können wir auch noch rein also hoch ja hier kommen wir auch raus oder rein je nachdem und hier oben haben wir dann auch noch so büro räume ja für die cops ja so alles alles da was man so braucht würde ich so sagen gut dann würde ich sagen können wir auch direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung einfach runterladen und einmal auspacken und hier kopieren wir uns schon mal den ordnernamen raus und gehen in den resource ordner rein und zwar hier und ziehen einfach diese map in den resource ordner und gehen dann zurück in die server cfg und müssen das ganze jetzt nur noch starten mit in search leerzeichen und dann den kopierten ordner namen hier eintragen ja dann hier noch speichern und server neu starten und ihr habt die map erfolgreich installiert gut leute falls euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch hier mal einen daumen herum da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und tschau tschau